Hallo und herzlich willkommen zu Ihnen in der Band-Nightfall von TTT mit den lieben Botzer & Grants. So, den Gorobein. Hallo. Nefias. Hallo. Den Widerwolf. Hoi. Den Agapei. Den Dalkate. Mhm. Den Good Gaming. Uhu. Den Juni drinnen. Servus. Den Kaputt zum Haller. Und die Anne. Hallo. 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 Good Gaming. Da kommt er nicht mehr raus, hauen sie. Akimbos. Hier bitte. Gaming darf ich dir gut es tun. Hier, Akimbos hier. Na doch gar nichts, Kumpel. Hat er Kaputt. Hey, da ist jemand gestorben. Hilfe. 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 Nur Traitor machen Breakdance. Oh! Nur Breakdance machen Traitor. Kaputt, ist da gerade einer gestorben? Keine Ahnungen. Hallo. Hallo. Lebt überhaupt mal jemand? Anne? Anne. Wo bist du, Nephi? Achso. Okay, es ist Anne. Oh, ihr fährt ein Panzer. Ui, ui, ui. Das biegt auch ab. Oh, krass. What's up? Was? Du immer schreist, ey. Hat's mit Sex verwechselt. Ich bin jetzt ein bisschen unübersichtlich. Guck mal, Anne hat hier gesprüht. Wir müssen sie bestrafen. Hab ich? Das heißt, sie ist Traitor. Sie merkt nicht, wenn sie Tauben wirft. Sie merkt nicht, wenn sie sprayt. Hallo? Ich bin auch mal ganz gern aus Versehen, Nobelpreise. Ah, Gorobai ist es. Ah, Gorobai ist es, Gorobai. Da rechts kam noch. Vita, kam aus dem Deadringer raus. Das habe ich doch richtig gesehen. Gorobai ist es. Schade, dass dein erster Schuss nicht getroffen hat, lieber Gorobai. Ah, der ist noch Bossa, Bossa, Bossa. Boss, Boss. Die haben wir jetzt drei Traitor, ja? Ja, weil Kapuze, okay, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nils hat es versaut. Du hast doch mich danach getasert. Ja, weil du nicht, wir haben doch gestuckt, du Bengel, weil du auf uns drauf gesprungen bist. Und das war ja wohl sein, ich bin auf, du bist auf uns drauf gesprungen, weil ich war zuerst auf Kapuze. Nee, du hast, wieso musst du dich dann nach oben tasern, um dich zu treffen? Das spielt ja wohl absolut nicht. Nee, wirklich, ich war ohne Scheiß. Ich war wirklich zuerst in Kapuze. Nein, du warst zuerst in Kapuze. Hey, du warst versaut. Ich war überfordert. Wer hat es versaut? Wer hat es versaut? So viele Boys hat er noch nie gleich gesagt. Er hat es versaut. Da geht es nicht weiter, schade. Ich finde die Map gerade ein bisschen komisch. Ich finde dich komisch. Super. Hast du das noch nicht gesagt? Der Bill Österreicher. Was, habe ich? Du bist nur Leiband. Nein. Wieso bist du Traitor und willst mich abknallen jetzt? Ich bin Deceptive. Achso, okay. Möchte ich denn Traitor sein? Kommt man hier irgendwie wieder raus? Ich möchte dein Traitor sein. Oh, 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 das hieß ja. Never Ending. Never Ending Story, genau. Kommt man hier irgendwie wieder raus, wenn man in diesen Bahnhof schleißt? Wollen wir eine vernünftige Bastel, Leute? Ja, vielleicht an der Leiter. Wo ist denn ein? Ich sehe eben schon eine Diege gesehen. Oh, die Julia und der liebe Darlukat. Können wir schon mal einen Panzer. Okay. Kommt er gerade in den Kopf? Oh, yeah, Snow Ride. Die sind doch gerade geschossen. Sie haben sich einen Platz gegönnt am Panzer. Sag einen Namen. AGP ist in der Gesundheit. Sag einen Namen. Say my name. Ja, Julia hat gerade Objekte geschockennt. Ich hab den AGP jetzt pulverisiert, oder? Nee, doch nicht. Versuch jetzt aufs Auto zu springen. Ja, aber dann ist ja immer jemand tot. Geht das? Jetzt geht nicht. Flick-a-Reno. Peter? Hallo. Hallo. Hier liegt ne Leiche im Keller. Was denn da passiert? Hallo. Ich hab's gewusst, Grants. Anne? Anne? Ja? Ein Ohr und ich schieße. Das ist ernsthaft. Dann bringt bitte Nils um, ja? Der ist ganz schön aggressiv. Noll. Da haben jetzt zwei auf mich geschossen. Grants ist tot, ja. Anne? Anne, schießt doch viel. Ja, gut sie. Schick als hätte Objekte einfach drunter. Also, was machst du da eigentlich? Ich schieß ja auf die Sitze von dem Auto. Geht nicht. Es geht ja nicht. Nee, geht nicht. Hab ich das auch gemacht gerade. Autospringen geht bei mir nicht. Hier schon gar nicht. Bei dir, ja. Bei Autospringen sollst man OL springen. Da. Geworben. Haben sie eine Lizenz für die Waffe? Was haben wir da für eine Waffe, Anna? Waffe ich, ich hab hier, ich bin Fan. Anne, Sniper doch nicht. Agapie ist Traitor. Ne Diegel. Das hab ich auch. Anne hat geschnürbert. Agapie ist Traitor? Ja, ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Okay, ich hab da gerade einen... Ihr wollt euch absnipern, ich hab das gesehen. Dalu ist... Was? Äh, hier die Lampe, ist es noch, die Lampe ist es noch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, äh, Dalu, Dalu. Oh, irgendjemand? Dalu, okay, Dalu confirmed. Dalu hat aber diesen... Ich hab doch Grants erschossen. Nein, 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 nein. Yes! Okay. Oh mein Gott, ich hab gar nichts mehr gedacht. Was ist denn da los bei euch? Ja, ich muss... Zwei Innos tot und Boro Bings. Ja, nachdem ja mein ganzes Team an irgendwas gestorben ist, musste ich ja Credits sammeln, um die wieder aufzukratzen. Hast du gesehen, wie ich dich zugedeckt hab, Grants? Ja, ich war doch in dem Fass und hab das immer wieder weggemacht. Grants, du bist gestorben. Wie, da? Äh, durch den Fallschaden. Agapie? Ich hab das, äh, befreit. Äh, ich hab, ich hab das, äh, befreit. Gut. Dalu, wenn du mitschießt. Dann hab ich gleich einfach ab. Hey! Hey! Oh, wer ist denn hier? Oh, Dalu, Kass! Ah, ha! Sord auf! Sord auf! Sord auf! Nein! Die gibt's aber ziemlich oft, finde ich, ja. Sord auf, ja. Ich hab die noch kein einziges Mal gefunden. Nix von Besonderes. Ist nix Besonderes. Nääääh. Keine Limited Edition. Früher war das mal Besonderes. Anne, früher konnte man damit angeben, am Schwulhof. Heute nicht. Möcht's einfach nur so. Heute, Wulhof? Ich hab's auch gehört. Er hat's gesagt, Leute. Du hast deine Seekneipe. Oh. Aber er hat Schwulhof gesagt. Hat er gesagt. Anne will hier aufmucken. Ihre Szene Papester McDonalds. Oh, sorry. Der war, der war böse. Oh, sorry. Nils freit zum Abschluss. Nils, ey. Nils könnte man sagen. Also, Anne, wenn du Nils abschießen magst, ist es berechtigt. Wir haben nichts gesehen. Ich hab auch nichts gesehen. Darfst du machen. Darfst du machen. Ich schieße auch mit drauf, ey. Woro, wo bist du? Woro? Ich bin noch in deinem Keller. Kommst du rauf bitte mal kurz? Nein. Yay. Warum? Ich will, ich nehme mir das Zeichen. Soll jetzt aufm Schwulhof kommen. Okay, wo soll ich hin? Da, wo, wo, wo das Auto rum? Ich weiß nicht, ich bin auch da. Da meint er aber was anderes mitkommen. Nein. Okay, ja, bin bei Woro. Komm mit, Sie mit. Und jetzt die Augen zu machen, Guru. Lennst du so eine Scheiss drin, den Mund leicht öffnen. Lass uns doch bei den Gewichtabteil genommen. Das war sie, oder? Ja. Wir haben eine Bassemelone gewonnen. Peter Wobelgut, wo wurden gerade angesnipert, glaube ich. Echt? Was? Werde gesnipert? Anna steht aufm Dach. Was denn gewinnt? Halt meinen Haarpreis kaputt gemacht! Warte, da ist Anne. Anne hier aufm Dach. Na, da ist Anne. Na, da ist Anne. Na, da ist ein Dach. Hallo. Soll das mal wieder hin. Los. Watch out. The traders have shut down the generator. All lights and the traders will not work for two minutes. Oh, das war cool, Dalu. Wie hast du das gemacht? Geil! The item. Dalu? He is on a dead... Hä? Warte, ich spring's halt aus dem Auto. Oh! Totale Friendship out of control. Also kaputt war es nicht. Where you at? Where you at? Na, Grant, der war nicht so gut gezielt. Ich bin Detective. Ich hab doch die Waffe in der Hand gehabt, du warst da neben mir. Du kannst ja deinen Job hier an den Nagel legen, du warst aus dem Gebäude rausnehmen. Das hast du nicht schade bekommen können. Ja, aber ich hab doch hier die andere Waffe gehabt. Hier ist er gekündigt, ey. Da musst du aufpassen, als Detective. Das ist klar. Dann ist klar. Oh, hey! Juhu! Hau da! Gut gaming, gut gaming. Haben Sie auch einen Führerschein dafür? Bitte? Raul, ich bin Beifahrer. Nein. Hier Nils, hier kannst du üben, raufzuspringen. Du bist sicher. Moment. Oh, einer ist tot. Ich glaub, da ist wer. Ich glaub, das war Jule, die Christen starb ist. Einer ist tot. Hier! Oh, ich hab kein Leben mehr. Hier ist es. Ah! Dalu, hast du grad auf mich geschossen? Nein! Dalu, warum hast du nicht infiziert gefahren? Dalu schießt auf mich auf! Ja, natürlich, weil ich gewinnen will. Ja, aber warum? Nils knallt hier irgendwie alle ab und ich bin wieder dann was abfahrt. Ja, aber ich bin echt auf Krieg gestorben. An meinem Misch. Oder an meinem M. Ich auch. Aber warum soll ich's nicht nehmen, wenn's jeder nimmt? Ich find's toll. Du hast doch einen, der hat einen Attack-Bans gewählt gestorben. Weil es so richtig geiler Spruch gewesen dafür. Oh, noch ein Fate, Leute. Verdient, ey. Aua. Kann nie genug Fates haben. Fade ist immer so, dass alles immer gut ist, find ich in dem Spiel. Weg mit Fate. Fategate. Hashtag. Fatefate. Kauft das auch immer. Oh! Auf'm Schwulhof ist der am Jura. Auf'm Schwulhof ist der so. In der Cafeteria letzt hab ich's geil gekauft. Und wie wir alle wissen, was auf'm Schwulhof hip ist, das wird in ein paar Jahren bei uns auch hip. Ja, alles bei Kapuze auf'm Kanal. Pfff. Moment aber. Moment. Moment. Auf dem Schwulhof. Auf dem Schwulhof. Ja eben. Rechts aber. Oh. Ich hab dieses Fass hier gut aufgeladen. Da hab ich so'n Move hingelegt. Vita, mach keinen Scheiß jetzt mit dem Schlag. Willst du hier? Was willst du hier? Hallo? Ich will auf das Auto warten und es dann stacken lassen. Argepeg. 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 Unter die Reifen, weißt du? Da fährt er doch drüber. Stell dir mal vor, dann baut du Speed auf, dann nimmst du das Fass weg und dann fetzt es so. Hey, bist du mir auf's Dach gestellt? Hey. Nein, nein, nein. Dann schießt er auf mich? Du musst in der Mitte liegen bleiben, das Fass. Jo, Bette. Du warst das da. Hey. Oh, da kann es jetzt nicht. Oh, du Idiot! Du bist ein riesiger Nils. Oh, da wurde jemand abgeschlossen. Da wurde einer abgeworfen. Das war ich aber nicht. Oh, oh, oh. Aber ich hab seine Diegel. Ich war das nicht, Goro, du hast das gesehen. Ja, nicht seine Runde. Ja, nicht seine Runde. Ich hab nichts gesehen. Da hinten wurde von Argepeg ne Taube geworfen. Und gebabilt. Und gebabilt. Das Versteck ever. Hier bleib ich. Für immer. Dalu lebt wieder übrigens. Er schießt auf Kapuze. Die TAP hab ich nur noch. Dalu schießt auf Kapuze. Ja, dann ist Kapuze Traitor. Nein, warum auf mich wurde geschossen? Ja, von Dalu. Ja, was? Warum? Dalu stirbt das? Hä, hat Dalu nen Deadringer gehabt? Der Schwachsinn. Nein. Dalu wurde wiederbelebt. Er ist gestorben. Okay. Also ist Kapuze frei zum Abschluss. Nein, warum denn? Ja, weil Dalu der Inno ist. Dalu, rede mal oder gib mal Zeichen von dir. Ich darf nicht reden. Ich weiß. Ich darf nicht reden, weil er wiederbelebt wurde. Ey. Kapuze hat ihn getötet. Ja, hat kein Traters tot. Ich hab einen Punkt bekommen. Ja, ich hab ihn. Dalu ist schon wieder tot? Ja, warte. Ich hab ne Idee. Das war ja Kapuze, ne? Vorsicht, Vita. Alles. Du hast gezielt auf mich. Brumm, Brumm. Hä? Bist du? Das ist Goro. Hä? Du weißt nicht mehr, wo du bist? Das macht's halt beim nächsten Mal bitte besser. Boster hat geschossen. Boster. Hier willst du? Dalu. Oh, scheiße. Goro. Ja, die ist weg. Goro ist das. Oder AGP? Goro. Er ist tot. Ich hab wieder mal nichts gemacht. Wer hat Dalu noch nicht angefangen? Als ich tot gewesen, hab ich alles verstanden. Ich hab mit seinem Ding ins durchgeklickt schnell, um zu sehen, ob irgendwer sich verdächtig verhält. Anne, wieso hast du dich mit der Zaube selber getötet? Aber ich hab nichts gemacht. Du musst ja auch keinen töten, um Trader zu sein. Ich hab auch extra nichts gesagt, dass ich dich gerade wiederbelebe, damit die Trader halt noch weitermachen wie gewohnt. Ja, aber scheiße. Naja, er war ja tot. Er kann ja dann sehen, wer was macht. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Das ist ja das. Für mich warst du hundertprozentig Trader. Ich hab nichts gemacht. Ja, du musst auch nichts machen, um Trader zu sein. Das kommt ja nach zehn Sekunden einfach so. Kollege. Ich hatte aber auch schon einen Verdacht kapuze. Aber ich kann auch nicht sagen, woran es festgemacht ist. Danke. Für mich war es hundertprozentig klar. Also Position und Verhalten. Nein. Wenn Nils tot ist, bin ich es. Ja, Position war einfach, ich war einfach sicher da oben. Goro lebt, bin ich's. Nils auch. Nein! Goro lebt, Goro lebt. Nils, ich glaube aber, dass du mich getötet hast. Nein, ich habe nichts geworfen. Nein, nein, nein. Ich stand auf einem Prop drauf und irgendwer hat den hochgehoben. Und dann bin ich einfach weggefallen. Nein, das war ich nicht. Irgendwer hat mich umgebracht. Was ist denn der Nighthawk? Er hat eigentlich was anderes vor, um dich zu töten. Du wolltest mich ja richtig töten. Du wolltest mich vor dem Auto tasern, ne? Genau. Boah. Die ist skrupellos. Das ist richtig. Skrupellos. Nils, Dalu, 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 Dalu. Dalu ist es, Leute, Dalu ist es. Ich schwörst du. Hey, Vita, auf wen hast du geschossen? Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oh mein Gott, das Auto kommt. Hab ihn. Ich will aufs Auto raus. 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 Dalu ist es safe. Damit bin ich safe. Ich glaube Grenz. Wo ist Dalu gestorben? Dann ist es Grenz auch, weil Grenz hat, während die sich hier in Firefight geliefert haben, hier an der Ecke gestanden und auf die Straße gezielt. Ja, dann ist es Grenz. Hätte auch helfen können. Dann ist es Grenz. Also für mich ist es hundertprozentig sicher. Ich will... Oh! Was ist denn da passiert jetzt? Ich habe Angepi getötet. Holy fuck. Von da drüben kam die Taube. Wieder aus deiner Richtung. Aus meiner Richtung? Ja. Ich glaube, es ist Anne. Ich glaube, die hat Fuck gesagt gerade. Ich glaube, Anne ist die Anne. Ich habe Fuck gesagt, weil so viele Leute gestorben sind. Ja, ja, ja. Ah, wie liebe Anne. Anne, wie willst du das erzählen? Schießt er Warte, warte, okay, Anne wer noch, wer ist es denn noch? Ja, Anne, die anderen beiden sind noch zu Okay, Nefi, Nefi war es noch ein Schender auch Na, es sind Agipi und Dalu gewesen Achso, Agipi, okay, ja Anne Ich verfolge jetzt Anne Ja, wo ich sie, wo ich sie Die ist jetzt hier unten da im In diesem Reparaturschuppen hier Ah, okay In diesem Reparaturschupp Klar Die Garage da Ich repartiere Sachen Also der Cat Launcher macht nichts, ist das richtig? Da unten, ja, hier Da oben ist die Anne Der Cat Launcher ist verboten Ist das eine Dichnacht? Sie habt du Hetzer, du, du Österreicher Wer ist dafür? Also wenn Capuz zu safe ist und ich auch safe bin, dann muss es ja Anne sein Ja, dann mach sie weg, ja, go Ist Capuz safe? Ich habe Dalu gekillt Okay Ja, genau, er hat Dalu gekillt Ja, klar habe ich Dalu gekillt Wow Nein, dann knallt ihr ab, Julia Oh, nein Agipi, ich hole her Worauf? Agipi, du warst in meinem Plan involviert Du hättest gern schießen dürfen Nachdem du hinter den beiden standest Die auf mich geschossen haben Und dann läufst du mir auch noch durchs Bild Und Capuz hast du jetzt da in der Ecke Und dann bitte Auf Wiedersehen